Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es Euch gefällt. In Minden, der Dom, 11. bis 13. Jahrhundert, der Marktplatz, Bahnhof Minden Oberstadt, ein Dampfzug fährt nach Kleinen Bremen. Ein Dampfzug fährt nach Kleinen Bremen, ein Dampfzug fährt nach Kleinen Bremen. Ein Dampfzug fährt nach Kleinen Bremen, ein Dampfzug fährt nach Kleinen Bremen. 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 Ein Dampfgeräusch. Ein Dampfgeräusch. Ein Dampfgeräusch. Brücke über die Weser WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nachmittags fährt der Zug nach Gille. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachmittags fährt der Zug nach Minden. Der Mittellandskanal. Bei Minden kreuzt der Mittellandkanal die Weser. 2008 feierte man den 100. Geburtstag dieser russischen TL. Der Mittellandskanal. Der Mittellandskanal. Dann wieder Australien. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Fahrt von Preußisch Oldendorf nach Bohmte. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018